Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Expertinnen, sehr geehrte Vertreter in der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten öffentlichen Anhörung des Tages des Ausschusses für Gesundheit, die, so wie wir das ja alle inzwischen gut kennen, in einer Mischung aus Präsenz, hier sind einige Abgeordnete vor Ort und digital durchführen und die Expertinnen und Experten sind uns allesamt digital zugeschaltet und wie Sie das inzwischen schon alle gut kennen, ich bitte Sie, sich mit vollständigen Namen im Webex anzumelden und auch Ihre Mikrofone zunächst auszuschalten. Und zum weiteren Verfahren komme ich gleich zurück. Wie Sie wissen, beschäftigen wir uns in dieser Anhörung mit zwei Anträgen, nämlich einerseits mit dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Einrichtungsbezogene Impfpflicht jetzt solide vorbereiten. Der ist auf der Bundestagsdrucksache 20 687 zu sehen und dem Antrag der Fraktion der AfD, Verschärfung des Fachkräftemangels im Gesundheitssektor verhindern, einrichtungsbezogene Impfpflicht abschaffen. Das ist die Bundestagsdrucksache 20 699. Ich werde ganz kurz umreißen, um was es in den Anträgen jeweils geht und das tue ich beschreibend aus meiner Funktion heraus und nicht, weil wir uns, weil wir das unbedingt teilen, manches vielleicht ja, manches nein, sondern beschreibend. Also die Fraktion der CDU-CSU konstatiert in ihrem Antrag die Umsetzung der vom Deutschen Bundestag beschlossenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die seit dem 16. März 2022 in Kraft sei oder in Kraft ist, werfe viele Fragen auf, die die Bundesregierung bisher nicht ausreichend beantwortet habe. Die Bundesregierung wird daher aufgefordert, gemeinsam mit den Ländern für einen bundesweit möglichst einheitlichen Vollzug der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu sorgen und insbesondere zu klären, welche arbeitsrechtliche Folgen sich für Beschäftigte in einer betroffenen Einrichtung ergeben, wenn der erforderliche Impfnachweis nicht vorgelegt werde. Das ist ganz kurz zusammengefasst der Inhalt des Antrags der CDU-CSU und der zweite Antrag, den wir heute anhören, kommt von der Fraktion der AfD und die Fraktion AfD fordert in ihrem Antrag, die einrichtungsbezogene Impfpflicht wieder aufzuheben und zur Begründung heißt es im Antrag, die Folge der Regelung und deren Umsetzung sei, der regional drohende Zusammenbruch des Gesundheitswesens durch Freisetzung von Beschäftigten, die für die Versorgung der vulnerablen Gruppen unersetzlich seien, so die Auffassung der AfD. Durch diese Regelung sei die Versorgung von bis zu 200.000 Pflegebedürftigen und Kranken gefährdet und es drohe eine verstärkte Abwanderung qualifizierter Pflegekräfte in andere Berufe oder ins Ausland. Das kurz zusammengefasst der Inhalt des Antrages der AfD. Jetzt noch ein paar formale Anmerkungen zum Ablauf dieser Anhörung. Es stehen uns insgesamt 60 Minuten zur Verfügung und in dieser Zeit werden die Fraktionen ihre Fragen abwechselnd in einer festen definierten Reihenfolge an die Sachverständigen stellen. Und es beginnt immer die antragstellende Fraktion und die weitere Reihenfolge orientiert sich an der Stärke der Fraktionen und beruht auf einer ausschussinternen Vereinbarung, die immer wieder bei jeder Anhörung entsprechend angewendet wird. Und es wird immer eine Frage an eine Sachverständige oder einen Sachverständigen gestellt und dann erfolgt die Antwort und für Frage und Antwort zusammen stehen immer insgesamt drei Minuten zur Verfügung. Ich darf Sie also bitten, die einzelnen Wortbeiträge möglichst kurz zu halten. Dann können auch viele Fragen gestellt werden und viele Sachverständige können zu Wort kommen und nach 60 Minuten werde ich die Anhörung schließen. Die jeweils aufgerufenen Sachverständigen bitte ich, sich jedes Mal wieder, so ein bisschen kontraintuitiv, aber jedes Mal wieder vor Beantwortung einer Frage, auch wenn Sie mehrere Fragen hintereinander an Sie adressiert werden, mit Ihrem Namen und Ihrem Verband vorzustellen. Das dient einerseits der Erleichterung der Erstellung des Protokolls und andererseits auch dem, dass diese Sitzung wird ja später im Bundestagsfernsehen auch nachhör- und sehbar sein, dass die Menschen, die später vielleicht einschalten, dann jedes Mal wissen, welche Sachverständige jetzt auch wirklich spricht und welcher Institution sie zuzuordnen ist. Den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben, danke ich jetzt schon mal ganz, ganz herzlich und des Weiteren bitte ich alle Anwesenden, ihre Mobiltelefone auf lautlos zu stellen. Sie wissen, ein Klingeln kostet fünf Euro und wird dann für einen guten Zweck eingesammelt. Dass die Anhörung live im Parlamentsfernsehen übertragen wird und digital aufgezeichnet wird, habe ich eben schon gesagt und sie kann eben später auch in der Mediathek abgerufen werden und das Wort Protokoll der Anhörung wird auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Soweit zur Einführung und nun beginnen wir mit der Anhörung und die erste Frage stellt die Fraktion der CDU-CSU und das ist der Kollege Rüddel. Bitte, Herr Rüddel, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Meine Frage geht an den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. Wie wurde aus Ihrer Sicht die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht durch die Bundesregierung vorbereitet? Waren insbesondere am Stichtag 16.03.2022 alle offenen Fragen geklärt? Vielen Dank. Gefragt ist Herr Tschörtner vom Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. Bitte, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Frage, Herr Rüddel. Es ist richtig, dass die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht mit einer Vielzahl von offenen Fragen einherging, die auch bis zum Beginn der formellen Umsetzung zum 16.03. nicht abschließend beantwortet werden konnten. Die Leistungserbringerverbände und die Gesundheitsministerkonferenz haben sehr früh auf die Probleme hingewiesen und jeweils sehr umfangreiche Fragenkataloge eingereicht. Das Bundesministerium für Gesundheit hat sich mithilfe einer vielfach überarbeiteten Handreichung bemüht, zu verschiedenen der Auslegungs- und Handhabungsfragen Klarheit zu schaffen. Diese Bereitstellung der Handreichung hat der BPA auch ausdrücklich begrüßt. Problematisch war jedoch, dass in den diversen Fassungen dieses Dokuments es mehrfach dazu kam, dass vorherige Aussagen teils ersatzlos gestrichen und teils ins Gegenteil umgekehrt wurden. Das hat nicht unbedingt dem Ziel der Handlungssicherheit positiv beigetragen. Während es natürlich nachvollziehbar ist, dass nicht immer alle Fragen unmittelbar abschließend beantwortet werden können und es gegebenenfalls Korrekturen geben muss, so waren die Umstände bei der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht auch wirklich außergewöhnlich. Für die Pflege- und Einwilligungshilfe-Einrichtungen hat dies die Situation, die ohnehin schon sehr belastend war, noch weiter verschärft. Die Träger mussten vielfache bürokratische Anforderungen erfüllen, Diskussionen im Beschäftigtenkreis moderieren, für die Impfungen werben und alles daran setzen, die Versorgung auch über den 15 Dritten hinaus sicherzustellen. Insbesondere Letzteres war teils mit erheblichen Problemen behaftet. Eine Personalplanung war angesichts der Möglichkeit sofortiger Beschäftigungsverbote, potenzieller Kündigungen betroffener Beschäftigter sowie der Unmöglichkeit von Neueinstellungen nicht immunisierter Beschäftigter die längste Zeit nicht durchführbar. Erst kurz vor dem Umsetzungstermin am 16 Dritten wurde seitens der Länder signalisiert, dass es ein abgestuftes Verfahren geben würde, bei dem eben nicht sofort Tätigkeitsverbote verhängen werden. Insofern waren es am 16 Dritten zwar viele Fragen geklärt, für die Einrichtungen, die die Umsetzung aber seit Mitte Dezember beschäftigt hat, war es trotzdem eine Zeit, die mit sehr vielen Unsicherheiten und Frustrationen einherging. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann stellt die nächste Frage auch als antraustellende Fraktion Herr Ziegler von der AfD. Bitte sehr. Vielen Dank. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Dr. Gunter Frank. Herr Dr. Frank, Sie sind seit 30 Jahren als Arzt tätig. Wie haben sich Ihr Berufsalltag und Ihre Patientenstruktur seit der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht verändert? Die Frage ging an Dr. Frank. Bitte sehr. Sie haben das Wort. Mein Name ist Gunter Frank. Ich bin Allgemeinarzt aus Heidelberg. Seit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht kommen immer mehr Patienten aus dem Gesundheitsbereich in meine Praxis. Darunter sind erfahrene Krankenschwestern, Altenpfleger, Rettungssanitäter, die eine deutliche Zunahme bestimmter Krankheitsbilder kurz nach einer Covid-Impfung mit den neuen Covid-Impfstoffen erleben. Sie berichten von Patienten mit Herzproblemen, Herzinfarkten, Embolien, Schlaganfällen und für einiges mehr. Sie sehen auch, dass Kollegen betroffen sind. Genauso wie Sie beobachten, dass geimpfte Kollegen nicht vor einer Covid-Infektion und Arbeitsausfall geschützt sind. Laut Robert-Koch-Institut besteht ja auch kein Fremdschutz. Das bedeutet, Patienten können von Geimpften genauso wie von Ungeimpften angesteckt werden. Jedoch sind die offiziellen Meldezahlen der Impfnebenwirkungen inzwischen ziemlich heftig. Im Vergleich zur Grippeimpfung besteht schon jetzt ein 40-fach erhöhtes Todesrisiko und ein 170-fach erhöhtes Risiko bleibender Schäden. Deswegen verstehen viele Pflegekräfte nicht, warum sie so massiv unter Druck gesetzt werden. Wer sich nicht impfen lässt, dem droht ein Betretungsverbot und Verlust der beruflichen Existenz. Um es mal konkret zu machen. Eine 61-jährige Altenpflegerin gesund, kommt in meine Sprechstunde. Sie sagt, dass sie Respekt, aber keine Angst vor Covid-19 habe, aber dass ihr diese neuartigen Impfstoffe große Sorgen machen. Sie lebt alleine und ist auf ihr Einkommen angewiesen. Sie hat erlebt, dass Patienten sich in ihrem Heim massiv nach der Impfung gesundheitlich verschlechtert haben. Deswegen möchte sie sich nicht impfen lassen. Ich finde, diese Frau hat es nach 35 Jahren harten Berufslebens verdient, dass man ihre professionelle medizinische Meinung respektiert. Sie wie viele andere Betroffene auch empfinden dieses Gesetz als staatliche Nötigung und als Angriff auf ihre körperliche Unversehrtheit. Viele halten diesem Druck aber nicht stand und lassen sich gegen ihre Überzeugung impfen. In manchen Sprechzimmer ließen dazu Tränen der Verzweiflung und auch der Hut. Ich muss sagen, irritiert hat mich die aktuelle Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die meint, der Druck auf die Pflegekräfte könnte durch eine allgemeine Impfpflicht vermindert werden. Meine Damen und Herren, nichts könnte falscher sein. Das, was die Pflegekräfte wie meine Altenpflegerin belastet, ist, dass sie zu einer Impfung genötigt werden, die ganz offenbar keinen relevanten Nutzen hat, aber deren schädliche Nebenwirkungen immer deutlicher werden. Deswegen muss bitte jede Form von Impfpflicht gestoppt werden. Vielen Dank. Als nächstes fragt Frau Behrens für die SPD. Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen, Herrn Pfister. Herr Pfister, Sie sind verantwortlich für eine Trägergruppe im Bereich der Altenpflege. Bitte berichten Sie uns mal von Ihren Erfahrungen, dass die Covid-Impfungen wesentlich zur Eindämmung von Infektionen und Ausbrüchen in Ihren Pflegeeinrichtungen beigetragen haben. Und meine Frage ist, kam es bei Ihnen in diesem Zusammenhang zu Problemen bei der pflegerischen Versorgung nach dem 15. März? Danke. Angesprochen ist Herr Pfister. Sie haben das Wort. Danke schön. Mein Name ist Kaspar Pfister. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Benefit-Gruppe. Wir haben jetzt seit Beginn der Corona-Pandemie rund 1700 Infektionen, davon etwa 700 bei Kunden, das heißt stationäre und ambulante Kunden und 800 bei Mitarbeitern. Wir versuchen seit zweieinhalb Jahren, seit Beginn der Pandemie, alle Infektionen zu analysieren und auszuwerten, die Ursachen festzustellen und insbesondere natürlich auch, seit es den Impfstoff gibt, auch da einen Zusammenhang herzustellen. Wir können heute sagen, dass durch die Impfung das Infektionsrisiko deutlich geringer ist. Und wir können auch sagen, dass bei den Impfungen, bei den Erkrankungen, die wir festgestellt haben, bei geimpften Personen die Verläufe deutlich milder bis oft sogar symptomfrei sind. Und auch, wenn ich jetzt die aktuelle Omikron-Welle anschaue, in der hatten wir jetzt bis heute acht verstorbene Bewohner, davon waren vier nicht geimpft und vier geimpft. Und wenn ich das in Verhältnis setze zu der Gesamtzahl, dann ist eigentlich das Stabilisiko bei ungeimpften Bewohnern 60 Mal höher als bei Bewohnern, die einen Impfschutz haben. Wir setzen seit 1. Dezember einrichtungsbezogen diese Impfpflicht quasi intern schon um. Das heißt, seit Dezember setze ich nur noch Mitarbeiter ein, die einen Immunitätsstatus haben. Alle anderen sind freigestellt gegen Fortbezahlung der Bezüge. Stand heute habe ich jetzt noch 26 Mitarbeiter, die freigestellt sind. Alle anderen haben sich impfen lassen und zwar nicht durch Druck, sondern im Prinzip durch Gespräche, durch Aufklärung, auch durch eine klare Linie. Und ich habe im Moment eine Impfquote bei den Mitarbeitern von 98 Prozent. Zu keinem Zeitpunkt hatten wir größere Probleme, wie sonst eben auch, den Dienstplan zu gestalten. Im Moment habe ich insgesamt, wenn ich die gesamte Gruppe anschaue, sechs Stellen zu besetzen. Also auch hier keine Horrorszenarien, wie sie immer wieder kommuniziert werden. Dankeschön. Und dann geht das Fragerecht weiter an Tino Sorge von der Union. Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den BPA, an Herrn Schürtner. Mich würde interessieren, ob weiterhin ungeklärte arbeits- und haftungsrechtliche Fragen für die Pflege- und Eingliederungseinrichtung im Zusammenhang mit der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht bestehen und wenn ja, welche? Vielen Dank. Herr Schürtner, Sie haben das Wort. Pascal Schürtner, Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. Vielen Dank, Herr Sorge, für die Frage. Ja, auch weiterhin bestehen oder weiterhin sehen sich die Pflege- und Eingliederungshilfe-Einrichtungen mit solchen ungeklärten arbeits- und haftungsrechtlichen Fragen konfrontiert. Die bestehenden Auslegungshilfe des Bundesministeriums für Gesundheit konnten leider noch nicht ausreichen zur Klärung all dieser Beitragen. Kürzlich gab es auch eine Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zu arbeitsrechtlichen Aspekten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Auch in dieser wurde sehr deutlich, dass es zu verschiedenen Fragen im Umgang doch teils sehr unterschiedliche Einschätzungen in der rechtswissenschaftlichen Literatur gibt. Zwei besonders akute Beispiele möchte ich Ihnen gerne nennen. Diese betreffen insbesondere die Zeit seit dem 16.03. bis zur möglichen Aussprache eines Tätigkeitsverbots. Erstens die Frage, ob ich als Einrichtung nicht immunisierte Personen, bei denen das Gesundheitsamt noch kein Tätigkeitsverbot ausgesprochen hat, dennoch bereits freistehen und in diesem Fall auf eine Lohnfortzahlung verzichten kann. Ein erstes Arbeitsgerichtsurteil hält sich für angemessen, jedoch gab es noch kein Hauptsacheverfahren und die Frage der Lohnfortzahlung wurde dort noch nicht betrachtet. Und in der rechtswissenschaftlichen Literatur ist die Einschätzungslage doch sehr unterschiedlich diesbezüglich. Zweitens und für die meisten Einrichtungen noch viel wichtiger ist aber die Frage, ob nicht immunisierte Beschäftigte weiterhin zur Sicherstellung der Versorgung eingesetzt werden können, ohne dass daraus haftungsrechtliche Regressforderungen entstehen können. Aus Sicht des BWA muss hierzu eine entsprechende gesetzliche Klarstellung erfolgen, dass der Einsatz und der Wahrung der sonstigen Schutzmaßnahmen, also Tests und Masken insbesondere, weiterhin erfolgen kann und so eben die Versorgung auch gesichert werden kann. Wir haben dazu im Rahmen der letzten Novelle des Infektionsschutzgesetzes einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet, der bisher leider noch nicht aufgenommen wurde. Wir werden aber sehr dankbar dafür, wenn der Gesetzgeber eine entsprechende Klarstellung noch vornehmen würde. Danke schön und nun geht das Fragerecht über an Bündnis 90 Die Grünen. Frau Schulz-Asche, bitte. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Herrn Jörg Schutmann von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste und Wohlfahrtspflege. Welche Bedeutung hat nach Ihrer Einschätzung nach eine hohe Impfquote unter Mitarbeitenden im Gesundheitswesen für die Bekämpfung der Corona-Pandemie? Angesprochen ist Herr Schutmann. Herr Schutmann, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Schulz-Asche, für diese Frage. Jörg Schutmann, Hauptgeschäftsführer der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Die BGW ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund 700.000 Mitgliedsunternehmen in den Gesundheits- und Wohlfahrtspflegebereichen und versichert etwa 9 Millionen Menschen, die in diesen Bereichen tätig sind. Wir haben jetzt über die Dauer der Pandemie über 200.000 Meldungen für Beschäftigte mit dem Verdacht auf eine berufsbedingte Covid-19-Erkrankung bekommen und können aus diesen Zahlen eben auch Wirkungen der Impfungen gut abbreiten. Die Zahl der stationären Behandlungen nach solchen Erkrankungen von 2020 zu 2021. 2020 gab es noch keinen Impfstoff, 2021 wurde ja mit der Impfung gerade für die Gesundheitsberufe begonnen. Die Zahl der stationären Behandlungen hat sich um den Faktor 3 2021 zu 2020 verringert. Und auch die Zahl von schweren Erkrankungen, wir definieren schwere Erkrankungen mit einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Monaten, die die BGW im Reha-Management betreut, ist von 2020 zu 2021 etwa um 50 % von 2,6 auf 1,4 % zurückgegangen. Und wir führen das eben auch auf Impfungen zurück, die zu milderen Verläufen, das ist gerade von Herrn Pfister ja auch schon zum Ausdruck gebracht worden, beitragen. Die BGW stellt dementsprechend in ihren branchenbezogenen Arbeitsschutzstandards, die eine Hilfestellung für die Betriebe zur Auslegung der Corona-Arbeitsschutzverordnung sind, auch mit entscheidend darauf ab, dass Impfungen angeboten und durchgeführt werden. Und die BGW unterstützt auch durch Aufklärung und Beratung. Zuletzt haben wir eine Impfinitiative Anfang dieses Jahres mit Herrn Dr. Eckhard von Hirschhausen auf den Weg gebracht, dass eben Motivation und Bereitschaft zur Impfung in den Einrichtungen noch einmal deutlich gefördert wird. Und wir messen unverändert der Impfung eine hohe präventive Bedeutung für den Gesundheitsschutz der Beschäftigten im Gesundheitswesen bei. Vielen Dank. Danke schön. Und das Fragerecht geht nun an die FDP und es fragt Frau Westig. Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Frau Dr. Elisabeth Fix von der Caritas. Sie weisen in ihrer Stellungnahme noch einmal auf die Notwendigkeit der Evaluation der einrichtungsbezogenen Impfpflicht hin. Welche konkreten Schritte wären hier in Ihren Augen notwendig? Frau Dr. Fix, Sie sind angesprochen und Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen Dank für die Frage, Frau Westig, Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. In der Tat ist es notwendig, die einrichtungsbezogene Impfpflicht mit einem Monitoring zu begleiten und auch zu evaluieren. Es sind zwei unterschiedliche Aspekte. Wir brauchen ein begleitendes Monitoring. So wissen wir jetzt beispielsweise noch nicht, wie hoch die Impfquoten in den einzelnen Bundesländern sind. Da gibt es noch keine offiziellen Zahlen. Wir wissen das von unseren Einrichtungen, aber wir wissen es nicht pro Bundesland. Und wir benötigen sozusagen diese Daten natürlich, um sehen zu können, wie sich auch gegebenenfalls die Versorgungssituation entwickelt, ob es doch noch zu Versorgungsengpässen kommen könnte, beispielsweise. Also brauchen wir die Daten im Zeitverlauf. Das ist sozusagen Bestandteil des Monitorings. Evaluiert werden muss dann auch, wie die Betretungsverbote in den einzelnen Bundesländern umgesetzt werden. Wir sehen da also gegenwärtig ein relatives Patchwork, Uneinheitlichkeit zwischen den Bundesländern. Das sollte eruiert werden und ganz wichtig, Herr Tschörtner hat ja auch schon dazu ausgeführt, es ist sehr notwendig zu schauen, welche Probleme und Unsicherheiten gegebenenfalls mit der bestehenden Rechtslage verbunden wären. Stichwort arbeitsrechtliche Folgen, haftungsrechtliche Folgen. Da gibt es bei uns gegenwärtig auch die meisten Anfragen und Problemanzeigen. Also das sollte dann der dritte Bestandteil einer solchen Evaluation sein. Vielen Dank. Schönen Dank, Frau Dr. Fix. Und nun geht das Fragerecht an die AfD und das fragt Herr Ziegler, bitte. Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an den Einzelsachverständigen Dr. Gunther Frank. Herr Dr. Frank, die Universität Marburg bietet seit kurzem eine Sprechstunde an. Für Patienten mit Problemen nach Covid-Impfungen. Sie wird überrannt und es gibt lange Wartelisten. Welche diesbezüglichen Erfahrungen haben Sie gemacht? Herr Dr. Frank, Sie haben das Wort. Mein Name ist Gunther Frank, Allgemeinarzt aus Heidelberg. Also zunächst mal die Aussagen von Herrn Pfister und Herrn Schutmann entsprechen nicht der internationalen Datenlage. Das sollte eigentlich bekannt sein, dass der Impfschutz nicht mehr besteht. Auch macht es keinen Sinn, irgendwelche Daten zu nennen, ohne zu unterscheiden zwischen geimpft und nicht geimpft. Auch die Aussage eines Arbeitgebers, die Pflegekräfte würden sich ohne Druck impfen lassen, würden meine Patienten als hohen empfinden. Jetzt zurück zur Frage. Sowohl ich selbst wie auch Kollegen, die sich dem Thema Impfnebenwirkungen öffnen, erleben die gleiche Situation. Wir werden tatsächlich überrannt. Dabei erlebe ich ein dreites Spektrum von Symptomen wie neurologische, muskuläre, kardiale Probleme, Autoimmunerkrankungen, Sehstörungen, Schwindel, Hautveränderungen, Augenprobleme, vieles mehr, um nur einige zu nennen. Wir reden inzwischen von einem Post-Vakzinem-Krankheitsbild. Ein Beispiel. Eine 36-Jährige Krankenschwester hat sich ordnungsgemäß zweimal gegen Covid impfen lassen. Nach der zweiten Impfung treten starke Schmerzen in der rechten Brust auf. Es entwickelt sich eine sogenannte granulomatöse Mastitis. Und sie ist seitdem in der uniklinischen Behandlung, die zwar als Autoimmunerkrankung das Ganze einstuft, aber es eben nicht ans Paul-Ehrlich-Institut gemeldet hat. Das Brustgewebe ist schon so weit zerstört, dass man ihr gegenüber von einer möglichen Brustarm-Mutation sprach. Derzeit steht sie unter einer Kortison-Stoßtherapie, die sie nicht gut verträgt, aber wenigstens die starken Schmerzen reduziert. Sie arbeitet in einer Arztpraxis und wurde nun aufgefordert, sich auch noch boostern zu lassen. Davor hat sie natürlich große Angst. Bitte machen Sie sich klar. Eine junge Frau, deren rechtes Brustgewebe sich nach der neuartigen Covid-Impfung qualvoll selbst zerstört, wird nun vom Gesetzgeber, also von Ihnen, gezwungen, sich dennoch boostern zu lassen, weil sie sonst den Job verliert. Und ich als Arzt werde kriminalisiert, wenn ich sie davor bewahren möchte. Das ist unverantwortlich. Es gibt inzwischen Tausende solcher Patienten, die durch diese Impfung in große Not geraten und aber weitergehend ignoriert werden. In meiner nun 30-jährigen Erfahrung als Arzt habe ich sowas noch nie erlebt. Ich möchte Sie deshalb an Sie als Verantwortliche appellieren, diesem Drama ein Ende zu bereiten und die eindeutig bezogene Impfpflicht endlich abzuschaffen. Vielen Dank. Ich bitte Sie, künftig andere Sachverständige mit dem gebotenen Respekt zu begegnen. Jetzt geht das Fragerecht über an Die Linke und es fragt Atis Gürpiner. Bitte sehr. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Fix von der Caritas. Im Antrag der AfD wird die Caritas zitiert. Sie befürchtet die verstärkte Abwanderung qualifizierter Pflegekräfte in andere Berufe oder ins Ausland. Und die AfD begründet damit ihre Forderung nach Abschaffung der Einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Hat sich denn die Caritas für eine Abschaffung der Einrichtungsbezogenen Impfpflicht eingesetzt? Beziehungsweise welche Rückschlüsse ziehen Sie aus Ihrer Befürchtung? Danke sehr, Frau Dr. Fix. Sie haben das Wort. Ja, die Isabel Fix für die Caritas. Vielen Dank für die Frage. Ja, in der Tat wird in dem AfD-Antrag unser Brief, den wir Ende Januar an alle Abgeordneten des Deutschen Bundestags gerichtet haben, zitiert. Allerdings wird er hier aus dem Zusammenhang genommen, denn die AfD fordert ja hier die Abschaffung der Einrichtungsbezogenen Impfpflicht. In jenem erwähnten Brief haben wir uns aber für eine Erweiterung und eine Ergänzung der Einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die wir für richtig halten, um eine sogenannte bedingte allgemeine Impfpflicht ganz klar ausgesprochen. Bedingt bedeutet eine Impfpflicht sollte aus unserer Sicht immer die Ultima Ratio sein, aber wenn eine bestimmte Impfquote nicht erreicht worden ist, die notwendig ist, um die weitere Ausbreitung des Virus zu stoppen und davon kann in Deutschland im Moment leider überhaupt nicht die Rede zu sein, dass dann eine Impfpflicht scharf geschaltet werden muss. Dafür haben wir uns eingesetzt und wir haben zu keinem Zeitpunkt gefordert, dass, wenn die allgemeine Impfpflicht scheitern sollte, was sie in den vergangenen Wochen im Bundestag ist, dass dann auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht abzuschaffen sei. Dieses Non-Seguitur haben wir nicht gezogen und es ist auch kausal epidemiologisch nicht zu begründen. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt geht das Fragerecht an die SPD und es fragt Dr. Pantazis. Bitte sehr. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Herrn Füster von der Benevit-Gruppe. Herr Füster, das BMG hat gemeinsam mit den Ländern umfassende Auslegungshinweise zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht in der Praxis erarbeitet und veröffentlicht. Weiterhin wurden auch die Ermessensspielräume der Gesundheitsämter in den Ländern näher gefasst. Bleiben aus Ihrer Sicht daher offene Fragen im Hinblick auf die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht? Und wie bewerten Sie die Ausführungen des BPA hierzu? Danke sehr. Herr Pfüster, bitte Ihre Antwort. Herr Kaspar Pfüster, Geschäftsführer und Gesellschaft auf der Benefit-Gruppe. Vielen Dank für die Frage. Aus heutiger Sicht ergibt sich jetzt bei uns in der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht keine Fragen. Die Dinge sind geklärt und das kann ich jetzt eigentlich auch aus der Erfahrung von fünf Bundesländern, wo wir Einrichtungen haben, bestätigen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass eben diese Überprüfung durch die Gesundheitsämter Zeit braucht. Leider nicht in der Schnelligkeit und in der Konsequenz möglich ist, weil einfach die personelle Besetzung entsprechend ausgestattet ist. Also wir würden uns eigentlich eine schnellere Entscheidung wünschen, auch im Sinne der Klarheit für die Mitarbeiter, die hiervon betroffen sind, aber auch für die Mitarbeiter, die im Einsatz sind. Also Fragen, keine Ermessensspielräume sind gegeben. Wir sehen auch kein Problem, wenn Gesundheitsbeeinträchtigungen vorliegen. Also wenn es medizinische Argumente gibt, dass jemand keine Impfung haben kann, dann gibt es ja hier Möglichkeiten, durch herzliche Atteste entsprechend zu agieren. Also ich sehe da keinen Mangel. Wie gesagt, wir hätten es eigentlich gewünscht, dass man das schneller und auch jetzt zielführender umsetzen kann. Das ist die einzige Kritik, die wir haben. Nicht im Sinne von, dass jetzt Fragen ungeklärt sind. Die Fragen sind geklärt. Das ist leider ein etwas kompliziertes Verfahren. Es wäre schön, wenn es einfacher gewesen wäre. Danke sehr. Jetzt fragt Frau Zollner für die Union und die ist digital dabei. Bitte, Frau Zollner, Sie haben das Wort. Können Sie mich gut hören? Jetzt? Ja. Bitte, ab jetzt läufig die Zeit. Okay, Frau Zollner, gern. Vielen Dank. Und zwar geht meine Frage an den Dr. Gass von der DKG. Aus Ihrer Einschätzung nach, mit wie vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rechnen Sie, die aus dem Beruf ausscheiden werden, auch zukünftig diesen Beruf nicht mehr weiterführen werden, weil eben dieses Darmorsklesschwert der einrichtungsbezogenen Impfpflicht auch über Ihnen schwebt. Wir hatten vorhin im Ausschuss auch darüber gesprochen, dass die Bonuszahlungen für Mitarbeiter, da haben wir auch später nochmal das Thema dazu, aber auch das nochmal in Bezug für, weil das doch zusammenhängt, dass das beispielsweise für Pflegekräfte ja kommen soll, aber eben herausgenommen wohl Pflegekräfte sind, die eben keine Impfung bis zum jetzigen Zeitpunkt auch erhalten haben. Und auch da die Frage, wie wollen Sie sozusagen in dem Bereich gewährleisten, dass eben die entsprechenden Mitarbeiter in ihren ganzen Einrichtungen bekannt sind und sozusagen da auch in die Umsetzung gehen. Also wir hören von Krankenhäusern, die eben jetzt schon bei den Landratsämtern sozusagen zu bedenken geben, dass eben der Versorgungsauftrag nicht dem Versorgungsauftrag nicht nachgekommen werden kann, wenn eben die einrichtungsbezogene Impfpflicht auch so, wie sie jetzt angedacht ist, weiter durchgezogen wird und eben tatsächlich auch die Situation weiter verschärft wird, was den Pflegenotstand angeht. Ja, danke. Herr Dr. Gass hat jetzt das Wort und hat noch anderthalb Minuten, weil Sie sehr lange gefragt haben. Herr Dr. Gass, bitte. Vielen Dank, Gerald Gass, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Vielen Dank, Frau Zollnern, für die Frage. Zunächst einmal ist vorauszuschicken, dass in etwa 95 Prozent der Beschäftigten in den Krankenhäusern geimpft oder genesen sind und insofern zunächst einmal nicht jetzt weiter von den Meldungen durch die Gesundheitsämter betroffen sind oder gegenüber den Gesundheitsämtern gemeldet werden. Nichtsdestotrotz ist diese Quote natürlich ein Durchschnittswert. Das heißt, wir wissen, dass insbesondere in den Bundesländern, in denen wir auch insgesamt niedrigere Impfquoten haben, tendenziell auch in den Krankenhäusern niedrigere Impfquoten sind. Wir haben in der Tat in Teilen auch von Krankenhäusern Meldungen, die uns signalisieren, dass eine entsprechende Zahl an Pflegekräften oder anderen Fachkräften gemeldet werden musste an die Gesundheitsämter. Und angesichts der knappen Personaldecke haben einzelne Krankenhäuser in der Tat die Sorge, dass sie bestimmte Leistungsgebiete nicht mehr in der Weise durchgängig zur Verfügung stellen können, weil es auch an einzelnen Fachkräften hängen kann, aufgrund der Strukturvorgaben, denen wir im Personalbereich in den Krankenhäusern unterliegen. Danke schön. Die Fragezeit ist jetzt rum. Vielleicht kommt ja gleich noch eine Frage jetzt für Bündnis 90 die Grünen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Prof. Sander von der Charité. Herr Prof. Sander, das erklärte Ziel der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist und bleibt ja der Schutz derjenigen vulnerablen Menschen mit einem hohen Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf überall dort, wo sie darauf angewiesen sind, behandelt, gepflegt oder betreut zu werden. Können Sie uns mit Blick auf den Herbst und auch neue Virusvarianten sowie unter Berücksichtigung des eingeschränkten Schutzes vor Hospitalisierung nach der dritten Impfung bei vulnerablen Gruppen einen Einblick geben, wie sehr es sinnvoll ist, an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht festzuhalten und ob Menschen durch Geimpfte besser geschützt sind in entsprechenden Einrichtungen als durch Ungeimpfte. Danke schön. Herr Professor Sander, Sie haben das Wort. Bitte sehr. Meine Damen und Herren, Herr Prof. Sander, Charité Berlin. Vielen Dank für die Frage. Also es ist in der Tat so, dass eine Übertragung des SARS-CoV-2-Virus von einer geimpften Person auf eine ungeimpfte Person mit einer höheren Wahrscheinlichkeit passiert. Das war insbesondere vor der Verbreitung der Omikron-Variante sehr, sehr deutlich ausgeprägt und in allen Studien gut abbildbar. Seitdem die Omikron-Variante zirkuliert, ist es sicher so, dass dieser Schutz vor Übertragung und auch Schutz vor Infektion, das wissen wir alle, sich reduziert hat durch die Impfung, weil diese Variante sehr viele Immunfluchtmutationen enthält. Nichtsdestotrotz gibt es mehrere große, sehr, sehr gut gemachte Studien, die eindeutig belegen, dass eben ein Impfschutz und darunter zähle ich jetzt eben drei Impfungen, also Impfung Grundimmunisierung plus Booster, einen signifikanten, relevanten Effekt hat, sowohl auf die Infektion als auch auf die Transmission des Virus. Das heißt, eine Person, die geimpft ist, hat ein zugegebenermaßen etwas reduziertes Risiko, sich zu infizieren und hat dann wiederum, selbst wenn sie infiziert ist, ein etwas reduziertes Risiko, dieses Virus an andere weiterzugeben. Dazu gibt es eine dänische Haushaltsstudie und es gibt auch eine weitere Arbeit aus der Schweiz, die genau misst, dass weniger infektiöses Virus vorhanden ist bei Impfpersonen. Deswegen und auch vor der Erfahrung der letzten Winterwelle, wo es sehr viele auch nosokomiale Infektionen gab, zum Beispiel im Bereich von Pflege- und Altenheimen, halte ich es schon für sinnvoll, dass Personal, das mit sehr vulnerablen Gruppen umgeht, einen kompletten Impfstatus hat, weil das eine Maßnahme ist, die zum Infektionsschutz erheblich beiträgt, genau wie das Tragen einer Maske oder bei anderen Infektionen die Händehygiene. Es ist also eine von mehreren Maßnahmen, die absolut sinnvoll ist und die Sie auch anordnen würden wie andere Hygiene- oder Infektionsschutzmaßnahmen, die Sie anordnen würden in solchen Institutionen, um eben die Personen, die diesen Pflegenden oder anderen Mitarbeitenden in diesen Institutionen anvertraut sind. Von daher kann ich die Frage beantworten. Vielen Dank, Herr Professor Sander. Genau, das war die Frage beantwortet. Vielen Dank dafür. Das Fragerecht geht nun an Frau Westig von der FDP, bitte. Vielen Dank. Meine Frage geht an den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, BPA. Teilen Sie die Einschätzung, dass es erhebliche Personalverluste durch die Impfpflicht geben wird? Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen in Ihren Einrichtungen dazu? Herr Tschörtner, bitte. Pascal Tschörtner, Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. Vielen Dank für die Frage, Frau Westig. Es gibt sicherlich nicht die von einigen beschriebenen oder angedrohten Verluste Zehntausender Beschäftigter. Dazu hat insbesondere die abgestufte Umsetzung, die im Gesetz angelegt und durch die Bundesländer vollzogen wird, beigetragen. Durch diese wird sichergestellt, dass es auch keine sofortigen Veränderungen gibt. Gleichwohl gibt es natürlich Fälle, in denen nicht immunisierte Personen ihre Tätigkeit bereits gekündigt haben oder in denen Einrichtungen entsprechendes Personal bereits freigestellt hat. Die Größenordnung dieser Gruppe zu beziffern ist, glaube ich, nicht seriös möglich, aber ich halte sie für nicht allzu groß. Die teils vorgenommenen Verweise auf ansteigende Zahlen bei den Arbeitssuchen halte ich ebenfalls für wenig aussagekräftig, da sie in der Regel nicht sehr differenziert sind und diese entsprechenden Entwicklungen auch nicht abbilden können. Es muss jedoch allen klar sein, der Personalmangel in der Pflege ist bereits lang und eklatant und jeder Mitarbeitende, der der Pflege den Rücken kehrt oder kehren muss, spitzt diese Lage dramatisch zu. Insofern muss natürlich die weitere Verhältnismäßigkeit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht auch vor diesem Hintergrund bewertet werden. Es ist überdies essenziell, dass weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Personalgewinnung, wie sie auch im Koalitionsvertrag angelegt sind, schnellstmöglich umgesetzt werden. Vielen Dank. Dankeschön. Und nun fragt für die AfD Herr Ziegler, bitte sehr. Vielen Dank. Meine nächste Frage geht noch einmal an den Einzelsachverständigen Dr. Gunther Frank. Herr Dr. Frank, Sie sind in Gremien tätig, in denen es um Qualitätssicherung medizinischer Entscheidungen geht. Wie beurteilen Sie die Qualität der Covid-Impfempfehlungen, wenn diese Kriterien angewendet werden? Herr Dr. Frank, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Mein Name ist Gunther Frank, Allgemeinarzt aus Heidelberg. Wenn es um eine medizinische Behandlungsentscheidung geht, sollte der Arzt den Patienten darin unterstützen, eine sogenannte evidenzbasierte Entscheidung oder auch informierte Patientenentscheidung zu treffen. Dazu muss die Studienlage und die persönliche Situation des Patienten sorgfältig abgewogen werden. So steht es auch in der von der Bundesregierung initiierten Patientencharta. Gegen mächtige Fremdinteressen in der Medizin kämpfen Ärzte auf der ganzen Welt dafür, diese Qualitätskriterien durchzusetzen. Seit Corona werden jedoch alle diese Qualitätsstandards über Bord geworfen. Auch einige der hier genannten Studien entsprechen keinen hohen Qualitätskriterien. Das geht auch mit der Zulassungsstudien los, wo die wirklich entscheidenden Endpunkte wie Gesamtmorbidität und Mortalität gar nicht richtig untersucht wurden und die sich inzwischen auch als negativ gezeigt haben. Früher wurden regulär zugelassene Medikamente bei weit geringeren Sicherheitsbedenken gestoppt. Aus gutem Grund. Man wollte verhindern, dass sich die schlimmen Erfahrungen aus dem Konterganskandal wiederholen. Heute jedoch akzeptiert man bei den neuartigen Covid-Impfstoffen hohe Todeszahlen und Nebenwirkungsgraden geradezu gleichgültig. Dabei ist die lediglich bedingte Zulassung dieser Impfstoffe von der Europäischen Arzneimittelagentur an sehr hohe Sicherheitsauflagen geknüpft. Die Mitgliedsländer sollen sorgfältig ihre Daten zu negativen Impffolgen ständig aktualisieren und weitermelden. Doch das Bundesgesundheitsministerium ignoriert in fahrlässiger Weise selbst die eindeutigsten Hinweise auf eine dramatische Unterpassung von Nebenwirkungen. Wie wir gerade erleben, verweigert sich auch der Gesundheitsminister einer Evaluierung der Maßnahmen. Man muss sich inzwischen wirklich fragen, ob es kein Verantwortungsgefühl gibt für das menschliche Leid, was man da anrichtet. Für eine Impfpflicht mit den neuartigen Covid-Impfstoffen gibt es somit keine wissenschaftlichen Argumente, weder allgemein noch einrichtungsbezogen. Es gibt stattdessen massive offene Sicherheitsfragen. Mit all meiner ärztlichen Erfahrung appelliere ich nochmals an Sie. Ignorieren Sie nicht weiter diese Wirklichkeit. Sie ist da und sie ist grausam. Der gesundheitliche Schaden wird nur größer und es droht ein Konterganskandal mit dem Faktor 10. Stellen Sie sich endlich Ihrer Verantwortung als Gesetzgeber für dieses menschliche Drama. Es läuft derzeit vor unsere Augen ab, man muss es nur wahrnehmen. Stoppen Sie die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Vielen Dank. Das Fragerecht geht nun weiter an die SPD. Hier gibt es gerade erheblichen Widerspruch von ärztlichen Kollegen gegen das, was gerade gesagt wurde. Das nur erklärt die Unruhe hier im Raum. Und jetzt geht das Fragerecht weiter an die SPD. Frau Baradari. Ich muss erst mal tief Luft holen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte zu Beginn meiner Frage 1... Ja, Frau Vorsitzende, darf ich da umrufen? Ja, wir fangen jetzt mit der Zeit noch mal an. Sie dürfen jetzt sprechen und wir stoppen. Frau Baradari, bitte. Danke schön. Vielen herzlichen Dank. Zu Beginn meiner Frage möchte ich 1 vorweg schicken. Ich glaube, dass jede, jeder hier im Saal sich seiner Verantwortung im Klaren ist und dass hier jeder nach bestem Wissen und Gewissen handelt. Und ich möchte auch hier klarstellen, dass wir in der Runde halt den Mediziner, aber auch Nicht-Mediziner haben. Und gerade unter den Medizinern haben wir auch Kolleginnen und Kollegen, die fast ihr Leben lang sich im Dienste der Patienten zur Verfügung gestellt haben. Ich gehöre auch mit dazu. 28 Jahre Medizinerin, Ärztin für Kinder- und Jugendmedizin. Ich habe selbst mehrere Impfungen, hunderte Impfungen vorgenommen und kann wirklich außer Praxis auch. Berichten bin in mehreren Qualitätszirken und in Kontakt auch mit Häusern da maximal versorgen. Nur um das mal vorweg hier klarzustellen. Hier versucht jeder im Sinne der Sache das Beste zu geben. Das wollte ich doch noch mal vorab schicken, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Sander. Können Sie, Herr Professor Sander, in Anschauung Ihres Klinikalltags uns sagen, welche Bedeutung Sie der Pflicht, welche Bedeutung messen Sie der Pflicht bei, dass nur geimpftes Personal die Betreuung von Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen sowie anderer vulnerablen Personengruppen übernehmen sollte? Vielen Dank. Herr Professor Sander, Sie haben das Wort. Bitte sehr. Guten Tag, Sander Charité Berlin. Also wie gerade schon ausgeführt, hat eben die Impfung einen Effekt auch auf Infektionen und Transmissionen, gerade in Bereichen, wo mit hochvulnerablen Patienten umgegangen wird, denken wir Transplantationsbereiche nach, kinder- onkologische Bereiche, ähnliche Bereiche oder mit geriatrischen Bereichen nach, wo wir sehr vulnerables Patienten kollektiv haben. Dort gilt es meines Erachtens, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer Reduktion einer Gefährdung der dort anvertrauten Patienten führen. Und dazu ist eben ein kompletter Impfstatus eine sehr, sehr wirksame und effektive Maßnahme. Davon abgesehen, wir haben über den Personalmangel in diesen Bereichen gerade gesprochen. Wir haben einen hohen Krankenstand gehabt. Auch eine gute und hohe Impfquote trägt natürlich erheblich dazu bei, diesen Krankenstand zu reduzieren. Von daher sehe ich hier zwei Elemente, die sehr, sehr wichtig sind und die durch eine hohe Impfquote in diesem Bereich sehr deutlich unterstützt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann fragt nun Herr Straubinger für die Union. Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte eine Frage an die Frau Dr. Fix von Caritasverband. Jetzt ist ja die einrichtungsbezogene Impfpflicht durchaus auch in der Öffentlichkeit oder Sonstiges mit, auch in der Kritik. Gibt es Erkenntnisse auf die Ausbildungsbereitschaft jetzt junger Menschen? Ist die zurückgegangen, einen Beruf in der Krankenpflege oder in der Altenpflege deshalb aufzunehmen? Gibt es hier signifikante Erkenntnisse? Frau Dr. Fix, gerne Ihre Antwort. Elisabeth Fix für die Caritas, vielen herzlichen Dank für die Frage. Ich kann sagen, wir haben hier keine Evidenz, dass die Ausbildung zurückgegangen ist aufgrund der einrichtungsbezogenen Impfpflicht oder dass junge Menschen sich nicht für diesen Beruf entscheiden. Ich kann aber auch sagen, es gibt natürlich durchaus vereinzelt Anfragen. Muss ich mich impfen lassen? Und wie sieht dann die Ausbildung aus? Gäbe es die Möglichkeit, beispielsweise den theoretischen Block vorzuziehen und die Praxiseinsätze dann zu absolvieren, wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht endet? Das sind aber sehr vereinzelte Anfragen, die uns da erreichen. In der Fläche kann ich sagen, haben wir keinerlei Evidenz, dass die Ausbildungsbereitschaft durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht gefährdet ist. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion, Kollege Heidenblut, bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Deutschen Pflegerat. Und zwar würde ich Sie bitten, so einzuschätzen, wie Sie die Impfquote und die Impfbereitschaft unter den Pflegekräften in Kliniken und im Bereich der sonstigen Einrichtungen sehen und ob Sie vor diesem Hintergrund einen Fachkräftemangel, der durch die Impfpflicht verursacht wurde, ausmachen können. Danke. Angesprochen ist Frau Döring. Bitte, Sie haben das Wort. Ulrike Döring, Deutscher Pflegerat. Vielen Dank für die Frage. Wir sehen, wir haben auch keine Zahlen, die jetzt nach Bundesländern oder so weiter zu sortieren wären, wie hoch die Impfquoten sind. Grundsätzlich sind die Impfquoten aber sowohl in den Krankenhäusern als auch in vielen stationären und ambulanten Langzeitpflegeeinrichtungen sehr hoch. Wir haben keinerlei Nachrichten dazu, dass wirklich viele deshalb den Beruf verlassen. Und wir denken, dass die oder wir sind fest davon überzeugt, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht weiterhin bestehen sollte. Allerdings haben wir damals dem zugestimmt, weil wir auf dem Weg dieses sahen zu einer allgemeinen Impfpflicht. Die vulnerablen Gruppen müssen geschützt werden. Und dazu gehören nicht nur alte Menschen, sondern es gehören auch Kinder dazu, die nicht geimpft werden können. Und die Mitarbeiter, die sich infizieren, durchaus die impfte Mitarbeiter, die dann leichte Verläufe haben, die sind im Moment ein Problem, weil die Sicherstellung der Pflege in den Einrichtungen aufgrund vieler Krankheitsfälle oder Quarantäne-Fälle nicht immer gegeben ist. Und die stecken sich nicht in den Einrichtungen an, sondern sie stecken sich bei vielen anderen trotz aller eigenen Vorsicht an, die draußen sind, bei Kindern oder auch im alltäglichen Leben. Und von daher wäre eine allgemeine Impfpflicht, solange wirklich diese Covid-19-Pandemie weiter besteht und es immer wieder zu großen Ausbrüchen kommt, ein wichtiger Weg, auf den wir uns begeben sollten und bei dem wir dranbleiben sollten. Vielen Dank. Danke, Frau Döring. Und nun fragt Herr Rüttel für die Union. Bitte. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Deutschen Caritasverband. Und zwar, welche offenen Fragen in der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht beschäftigt die Einrichtungen derzeit am meisten? Gibt es Rechtsunsicherheiten und welchen Handlungsbedarf leiten Sie daraus ab? Vielen Dank. Frau Dr. Fix, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Frage, Herr Rüttel, Elisabeth Fix für die Caritas. Also die meisten offenen Fragen, die sich um die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ranken, sind derzeit arbeitsrechtliche und insbesondere haftungsrechtliche Fragen. Also die Gesundheitsämter haben ja zumeist noch keine Betretungsverbote ausgesprochen, aber es werden Rückfragen an die Einrichtungen gestellt, beispielsweise, ob es möglich ist, den ungeimpften Mitarbeitenden, mit Patienten beziehungsweise Klienten fern zu beschäftigen, etc., etc. Und dann bleibt ein bisschen unsicher, was dann eigentlich passiert. Denn der Arbeitgeber hat ja natürlich einerseits zu sagen, die Aufgabe, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Andererseits, und da sind wir sehr dankbar, ist auch in den FAQs zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ganz klar gestellt worden, dass Mitarbeitende, die nicht geimpft sind, so lange weiterarbeiten dürfen, bis das Gesundheitsamt ein Betretungsverbot erlässt. Und das muss sozusagen wirklich absolut sichergestellt sein. Ich glaube, wir brauchen dazu keine gesetzgeberischen Maßnahmen, aber wir brauchen eine flächendeckend einheitliche Umsetzung. Das fordert auch die Union in ihrem Antrag ein bundeseinheitliches Vorgehen der Gesundheitsämter. Und ein solches Vorgehen kann natürlich auch über Gremien wie die GMK erzielt werden. Also diesen Handlungsbedarf, den sehen wir, weil sozusagen sonst auch die Arbeitgeber mit diesen arbeitsrechtlichen und haftungsrechtlichen Fragen alleingelassen sind. Und das kann nicht sein. Danke. Danke schön. Und für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Schulz-Asche. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine nächste Frage richtet sich an Frau Professor Christel Bienstein vom Deutschen, Entschuldigung, vom Berufsverband für Pflegeberufe. Wie bewerten Sie eine eventuelle Bedrohung für die pflegerische Versorgungssicherheit in Deutschland in Bezug auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht? Frau Professor Bienstein, bitte. Ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Christel Bienstein vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe. Ich bin die Präsidentin. Wir wissen inzwischen, dass aufgrund der Datenerhebung zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen der Gesundheitsämter zwischen 2,4 bis mindestens 1,4 Personen Prozent nicht mehr im Grunde vielleicht in die Pflege integriert werden dürfen. Sie sind gemeldet worden beim Gesundheitsamt, aber wie Frau Fix schon gesagt hat und auch Frau Döring, es liegen noch keine Ergebnisse vor und da ist immer noch eine gewisse Unsicherheit. Der große Schub von Personen, die die Pflege verlassen, ist nicht eingetreten. Das war auch in Frankreich nicht so der Fall. Wir sind sehr froh darüber. Es haben sich viele Kollegen, wesentlich eine größere Gruppe von Personen impfen lassen als in der allgemeinen Bevölkerung. Wir haben uns für die einrichtungsbezogene Impfpflicht ausgesprochen, weil wir dort natürlich auch Köchinnen haben. Wir haben Handwerker. Wir haben viele in der Verwaltung etc., die natürlich auch Bewohnerkontakt haben. Wir hätten gerne die allgemeine Impfpflicht gehabt, weil Besucher kommen natürlich in die Einrichtung. Es kommen auch Handwerker, Friseure rein, wo nicht klar ist, ob diese wirklich alle geimpft sind. Und häufig reicht es auch nicht, wenn man ein aktuelles Testergebnis vorlegt, wenn man nicht weiß, ob die Person wirklich geimpft ist. Wir haben viele Probleme gehabt dadurch, dass Kollegen trotz Impfung einen Impfdurchbruch hatten. Das führte dazu, dass sie kurzfristig natürlich auch krank gemeldet waren. Wir hatten aber auch, wie Frau Dürren sagte, eine Reihe von Personen, die in Quarantäne mussten, weil ihre Kinder im Grunde erkrankt waren im Bereich der Kita oder der Schulen. Wir sind jetzt nicht zufrieden damit, wie das in den Bundesländern gehandhabt wird. Es ist ein uneinheitliches Vorgehen, wie die Anerkennung erfolgt, wie auch die Reaktion der Gesundheitsämter erfolgt. Und wir haben große Bedenken bei den Kollegen im Krankenhaus. Die Zahl derjenigen, die ungeimpft auf Intensivstationen oder in der Notaufnahme ankommen, ist deutlich höher geworden. Und diese Personen gefährden natürlich auch die Kollegen, die dort arbeiten. Und das führt immer wieder zu Unsicherheiten. Es hat auch in der Pflege Auseinandersetzungen zwischen Kollegen gegeben, weil sie gesagt haben, du musst dich impfen lassen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig für uns, weil wir können auf dich nicht verzichten. Und viele haben wirklich auf die Angebote, die in den Häusern gelaufen sind und die individuellen Gespräche, die gelaufen sind, darauf positiv reagiert. Also von daher befürchten wir nicht einen großen Ausbruch oder Ausstieg aus dem Beruf und daher in dem Sinne auch nicht eine Unterversorgung. Aber wir müssen festhalten, wir haben seit vielen Jahrzehnten viel zu wenig Pflegende in allen Einrichtungen, die wir im Grunde betreuen. Vielen Dank, Frau Professor Binnenstein. Und für die Linken fragt Herr Gürpiner, bitte. Meine Frage geht an Herrn Hahn vom Deutschen Städtetag. Und zwar geht es um die Durchsetzung der Impfpflicht. Da quasi jede Pflicht letztendlich nur so gut ist wie ihre Durchsetzung. Die Frage an Sie, wie steht es nach Ihrer Ansicht um die Überprüfung der Impfpflicht bei Beschäftigten des Gesundheitssystems in Bezug auf personelle Kapazitäten? Und welche Forderungen haben Sie dazu? Herr Hahn, Sie haben das Wort. Ja, Stefan Hahn, der Städtetag. Die Frage der Kontrolle und der Durchsetzung in diese Phase sind wir noch gar nicht eingetreten. Wir sind, wie eben schon mehrfach erwähnt, noch in der Phase, dass die Meldungen über das nicht geimpfte Personal eingegangen sind. Und das Instrument, das im Moment zur Verfügung steht, ist der Erlass von Betretungs- und Tätigkeitsverboten bzw. Bußgelder. Das ist sozusagen der erste Flaschenhals an der Stelle. Insoweit ist die Phase, wo dann die Kontrolle vor Ort stattfindet, nämlich inwieweit die Vorschriften eingehalten werden, da ist man noch gar nicht eingetreten. In Bezug auf Ihre Frage muss man natürlich sagen, dass die Situation in den Gesundheitsämtern, die Frage der personellen Ausstattung, nicht in erster Linie wegen finanzieller Fragestellung, sondern vor allen Dingen hinsichtlich der Frage, wo kann man denn überhaupt noch Personal gewinnen, immer noch kritisch ist. Wir haben immer noch eine Corona-Pandemie und deswegen ist die Möglichkeit, auch für Kommunen an der Stelle zu kontrollieren, auch nur eingeschränkt möglich. Ein wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, ist aber die Frage von Effizienz der Regelungen aus dem Infektionsschutzgesetz heraus. Wir sehen auf uns zukommen, das sagen unsere Städte, dass die Tätigkeitsverbote, Betretungsverbote im Wesentlichen erst im August, September verfügt werden können. Die Impfpflicht, die einrichtungsbezogene Impfpflicht läuft am 31.12.2022 aus. Und da gibt es schon erhebliche Bedenken, ob tatsächlich Betretungs- und Tätigkeitsverbote noch im September oder später ausgesprochen werden können, wenn die Rechtsgrundlage dafür am 31.12.2022 ausläuft. Da gibt es auch rechtsstaatliche Bedenken an der Stelle, inwieweit solche Verfügungen überhaupt rechtmäßig sind. Deswegen die dringende Bitte an den Bundesgesetzgeber, an den Bundestag, frühzeitig möglichst schnell sich darüber Gedanken zu machen, ob über den 31.12. hinaus eine einrichtungsbezogene Impfpflicht aufrechterhalten wird. Dankeschön. Dankeschön. Und für die FDP fragt jetzt Frau Westig, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Deutschen Caritasverband. Frau Dr. Fix, ausreichende Impfquoten sind eine Voraussetzung, um den so wichtigen Schutz vulnerabler Gruppen zu gewährleisten. Welche niedrigschwelligen Möglichkeiten sieht die Caritas, um dieses Ziel auch jenseits von Impfverpflichtungen zu erreichen? Frau Dr. Fix, bitte Ihre Antwort. Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. Vielen Dank, Frau Westig, für die Frage. In der Tat müssen wir jetzt einfach zur Kenntnis nehmen, dass der Deutsche Bundestag sich mehrheitlich nicht für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht entschieden hat, jedenfalls nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und da müssen wir dann vor diesem Hintergrund eben alles daran setzen, dass die Impfquoten, die in Deutschland viel zu niedrig sind und die auch diese auch im internationalen und europäischen Vergleich durchaus hohen Infektionsquoten noch mit sich bringen, dass wir diese durch freiwillige Maßnahmen sozusagen reduzieren. Und ein wesentlicher Punkt scheint mir zu sein, den wirklich gezielten Falschinformationen entgegenzutreten, sei es die längst widerlegte Unflugbarkeitsthese, die These von den genverändernden Wirkungen der mRNA-Impfstoffe oder von der Gentherapie, durch die sich die Menschen angeblich unterziehen müssten, durch mRNA-Impfstoffe. Oder auch bei dem in Anführungsstrichen Totimpfstoff, jedenfalls auf Protein basierter, herkömmlicher Basis hergestellten Impfstoff Novavax, der auch schon wieder zerredet wurde. Da scheint es mir notwendig, also zielgruppenspezifisch da ranzugehen und vor allem auch Social Media Kanäle zu bedienen. Denn da sozusagen tobt auch die Debatte und ich glaube, hier wird immer noch zu wenig getan. Das andere ist natürlich, Impfangebote weiterhin niedrigschwellig zu unterbreiten, also auf Parkplätzen, vor dem Supermarkt, in den Quartieren, durch Bürgerbusse etc. etc. und auch die Impfzentren aufrechtzuerhalten. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Für die SPD fragt Frau Behrends. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte auch noch einmal das Stichwort Falschinformationen aufgreifen, das Frau Dr. Fix eben angesprochen hat. Ich möchte daraufhin noch einmal Herrn Professor Sander gerne ansprechen. Herr Professor Sander, in der heutigen Anhörung sind ja doch sehr fragwürdige wissenschaftliche Äußerungen, beziehungsweise auch die Infragestellungen von tatsächlich wissenschaftlichen Studien thematisiert worden. Und ich möchte Sie bitten, einfach die Gelegenheit wahrzunehmen, das ein oder andere hier nochmal richtig zu stellen. Vielen Dank. Herr Professor Sander, bitte. Herzlichen Dank für die Frage. Leif Sander, Charité Berlin. Es ist heute angesprochen worden, aber in der Tat auch ein hartnäckiges Narrativ in sozialen Medien, teilweise auch in anderen Medien, dass die Einführung der Impfung oder gar der Booster-Impfkampagnen und ähnliches zu einer Übersterblichkeit geführt hätten, dass wir eine massive Untererfassung von Impfkomplikationen und Impfschäden in Deutschland oder weltweit hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eine sehr gute Korrelation zwischen einer hohen Impfquote und einer niedrigeren Übersterblichkeit. Wenn Sie das mal regional auflösen, geografisch auflösen, sehen Sie, auch in Deutschland, je nach Bundesland, können Sie relativ gut korrelieren. Die Impfquote oder negativ korrelieren die Impfquote mit der Übersterblichkeit, die beispielsweise 2021 dort verzeichnet wurde. Also es gibt eine inverse Korrelation. Es gibt eine kürzlich veröffentlichte, ist sie noch gar nicht mal, sondern sozusagen vorveröffentlichte Studie, die noch nicht begutachtet ist, die angeblich zeigt, dass die Impfung keinen Effekt auf die Übersterblichkeit hat. Diese Studie hat erhebliche methodische Schwächen und beobachtet einen viel zu kurzen Zeitraum, um überhaupt Aussagen darüber treffen zu können mit sehr wenigen niedrigen Fallzahlen. Das sagen die Autoren auch selber. Diese Studie wird instrumentalisiert und andere Studien oder Ergebnisse sind schlichtweg falsch, die hier sozusagen verbreitet werden. Zum Beispiel diese angebliche Zusammenhang zwischen Übersterblichkeit und Impfquote, der eben in der Tat, wenn man es ganz genau anguckt, eigentlich inverse ist. Auch die medial teilweise sehr stark begleiteten Untersuchungen, nenne ich sie mal, auch beispielsweise aus dem Bereich der Krankenkassen, dass es eine Untererfassung der Impfnebenwirkungen gegeben hat. Dazu ist wirklich anzumerken, dass man hier klar differenzieren muss zwischen Impfreaktionen, von denen wissen wir, dass sie bei den hier eingesetzten Impfstoffen einfach häufig sind. Bis zu 10 % können auch sogenannte schwere Impfreaktionen haben. Das hört sich schlimmer an, als es ist. Das heißt beispielsweise, dass ein Impfling einen Tag nicht zur Arbeit gehen kann, aufgrund relativ starker Impfreaktionen, also Abgeschlagenheit oder auch mal Fieber. Das wissen wir. Darüber klären die Impfärztinnen und Impfärzte auf. Und das ist keine Unterfassung von Impfkomplikationen. Das sind Impfreaktionen, das sind physiologische Reaktionen des Körpers. Die müssen gar nicht gemeldet werden. Und diese Dinge werden medial oder auch in den sozialen Medien miteinander vermengt und werden dann gerne sozusagen skandalisiert, ohne dass sie eigentlich eine Substanz haben. Und wir haben mittlerweile wirklich extrem überzeugende große Datensätze, zum Beispiel aus Israel, die das ja regelmäßig sehr, sehr gut aufarbeiten, oder auch aus den USA, die eben zeigen, dass wenn man die Risiken von Komplikationen einer Covid-Erkrankung oder eine SARS-CoV-2-Infektion bei ungeimpften Personen vergleicht mit den sogenannten Impfkomplikationen oder den realen Impfkomplikationen, die es in sehr, sehr seltenen Fällen natürlich gibt, bei Impflingen vergleicht, so ist das Risiko natürlich sehr, sehr viel höher, ungeschützt, eine SARS-CoV-2-Infektion zu erleiden. Insofern, glaube ich, kann man darüber sprechen, wir haben hier sehr sichere Impfstoffe. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Sander. Und die letzte Frage für heute, für diese Anhörung, geht an Herrn Rüddel für die Union. Bitte, Herr Rüddel. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Deutschen Städtetag. Wir haben von Umsetzungsproblemen gehört. Meine Frage, gibt es einen kontinuierlichen Dialog mit der Bundesregierung, um diese Umsetzungsprobleme zu lösen? Und wenn nicht, wie beurteilen Sie die Chancen im Dialog, diese rechtlichen Unsicherheiten zu lösen? Herr Hahn, Sie haben das Wort. Bitte sehr. Deutsche Städtetag, Herr Hahn. In der Anfangsphase nach Gesetzesbeschluss gab es intensive Kommunikation zwischen der Bundesregierung und der Gesundheitsministerkonferenz, um die Fragen, vielfältigen Fragen der Umsetzung zu operationalisieren und auch Leitplanken, verfahrensmäßige Regelungen sich zu verständigen, auch verfahrensmäßige Regelungen und Ermessensregelungen. Unmittelbar mit der Bundesregierung haben die Gesundheitsämter oder die Kommunen an der Stelle keine Kommunikation gehabt. Ich habe den Eindruck, wir haben den Eindruck, dass im Moment auch die Frage der weiteren Ausarbeitung und Harmonisierung von Regelungen der Länder untereinander und mit dem Bund gemeinsam im Moment nicht weiter intensiv vorangetrieben wird. Tatsache ist, das ist eben schon angedeutet worden, dass die Bundesländer verschiedene Regelungen haben, einmal verfahrensmäßig, aber auch ermessensleitend, die dazu führen, dass einmal der Zeitpunkt, wann mit Betretungs- und Tätigkeitsverboten zu rechnen ist, unterschiedlich ist. In Hamburg wird man früher dabei sein, Tätigkeitsverbote auszusprechen als in Bayern, weil einfach die Verfahrensregelungen in Bayern doch etwas langwieriger sind. Und auch die Frage der Ermessensausübung, werde ich ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot erhalten, obwohl mein Unternehmen sagt, ich bin unverzichtbar. Diese Fragestellung wird in manchen Bundesländern tendenziell anders entschieden als in anderen Bundesländern. Und das, um auf Ihre Frage zurückzukommen, deswegen sehen wir die dringende Notwendigkeit, diese Verfahrensfragen und auch die Ermessensleitlinien an der Stelle bundesweit zu harmonisieren, weil es eben nur ein Bundesgesetz gibt, wo wir die Sorge haben, dass die unterschiedlichen Ausführungen der Bundesländer dann am Ende auch dazu führen, dass die Rechtsunsicherheit bei gerichtlicher Überprüfung eher zunimmt als abnimmt. Dankeschön. Vielen Dank und damit beenden wir auch diese Anhörung. Wir danken sehr den Sachverständigen und Ihnen als Fragende und ich schließe die Anhörung und lade ein zur nächsten Anhörung, die wir um Viertel nach beginnen werden. Jetzt haben wir also ein paar Minuten Pause und draußen steht auch der Cateringwagen. Bis gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.